Das ist die Nase. Was ist das? Hallo ihr Lieben, im heutigen Video geht es um die Frage, was ist das? Was ist das? Das sind die Augen. Das sind die Augen. Nächstes Wort. Was ist das? Was ist das? Das ist die Nase. Das ist die Nase. Nächstes Wort. Was ist das? Was ist das? Das ist der Mund. Das ist der Mund. Nächstes Wort. Was ist das? Was ist das? Das sind die Ohren. Das sind die Ohren. Nächstes Wort. Was ist das? Was ist das? Das sind die Haare. Das sind die Haare. Nächstes Wort. Was ist das? Was ist das? Das ist das Gesicht. Das ist das Gesicht. Das ist das Gesicht. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020